Gut, bevor ich jetzt hier runtergehe... Ah, Kohle. Aber krass, dass sie jetzt schon überirdisch sind. Das ist heftig. Flup, 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 flup. Würde ich erst einmal hier alles abgrasen. Am Strand und so, dass wir alles haben. Stein kann ich auch mitnehmen. Ja, nein, nicht unbedingt. Aber was wir haben, haben wir. So. Oh, moin, grüß dich. Das Timing ist wichtig bei dem. Hey, Psst, Spinne. Hey, Psst, 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 Spinne. So, hat sich ausgespinnt. I think I'm Spider. Ich glaube, ich spinne. So. Ah, ich hasse das, wenn es mal so riesen Areale gibt hier. Hallo? Brauchst dich nicht hinterm Stein verstecken. Du auch nicht. Ich sehe euch, ihr Schlingels. Da oben rechts wieder ein Spawn. Hier. Ich frage mich, ob man die irgendwie vielleicht später mit Dynamit oder sowas zerstören kann. Weiß ja nicht, was da noch kommt. So, flup, 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 flup. Da ist Kohle. Und zwei Spawns. Die Spinne sitzt da drauf. Natürlich. So. Limestone. Noch mehr Limestone. Hallo, meine Freunde. Nein, was meint der? Ich hatte das. Ich hatte die Pickaxe noch ausgerüstet. Oh, die Höhle wird bestimmt interessant. Die Höhle wird bestimmt sehr lustig. Ach du Scheiße. Auch noch einer. Auch noch so einer. Nö, nö. Lass mal. Keine Zeit. Was hat er? Okay. Sehr schön. Kohle, Kohle, Kohle. Hallo, Spinni. Lässt du mich in Ruhe? Natürlich nicht. Ich hab dich gewarnt. Oh, noch einer. Ernsthaft. Was ist der mit dem? Hüchse rollen. Die rollen. Die rollen. Die rollen. Die rollen. Mike. Der Igel greift an. Igel Ingo. Aua. Igel Ingo. Wo wollt der hin? Igel Ingo greift an. Psst, psst. Spinne. Der Igel Ingo. Was will der Igel Ingo? Mann. Falsch Timing. Igel Ingo. So. Gut, dann haben wir das. Ich geh nochmal hier gucken. Hier müsste jetzt die andere Seite sein von der Klippe. Genau. Ansonsten ist hier, glaube ich, auch nix gewesen. Hier oben ist nur der Spawn von denen. Oh, da ist noch was. Das ist ja gemein mit den Sp... Alter. Noch gar nicht ankommen. Alter. Gut, das geht ja. Ich will mal eben was essen mit der Sechs. Ein paar Bären. Und dann gehen wir nochmal weiter auf Erkundungstour. So, so langsam wird es schon wieder dunkel, ne? Noch ein Spawn. Bewachen die was? Wie viele? Ich glaube, wenn die in Mengen kommen, ist das, glaube ich, auch nicht so gut, ne? Oder so prickelnd. Limestone. Malone. So. Ach ja. Tralala. Tralala. So, ist hier noch was? Kinders. Eine Spinne. Da läuft noch jemand. Ein Kandidat. Da ist noch eine Spinne. Da ist noch er hier. Ich kann, glaube ich, gleich keine dunkle Materie mehr aufnehmen. Ah, Kohle. Hä? Wollte schon sagen. So. Spinni! Gibt XP! So, dann würde ich das Limestone mal eben holen. Hier ist, glaube ich, erstmal nichts mehr, ne? Oder? Mal, wo geht's hin? Okay. Gucken wir gleich. Erstmal Pickaxe und so. So. Na. Limestone. Ich habe mal ein Limestone. So, hier war irgendwo Kohle. Hier. Die nehme ich natürlich mit. Sehr schön. Kohle, Kohle, Kohle. Ich habe meine Kohle. Wovon ich mich erhole. Mit der Kohle. Wovon ich mich erhole. So. Ähm. Da kommen wir. Wohin? Ach, da drüben. Ansonsten sind wir jetzt, glaube ich, einmal komplett rum. Aha. Moin, grüß dich. Okay. Gut, dass ich nicht so eine riesige Sichtrange haben. So. Müssten jetzt, glaube ich, gleich einmal komplett rum sein. Ist hier noch irgendwas irgendwie, irgendwo, irgendwann. So, jetzt mit der Palmen. Der Palmenstrand. Der Palmenstrand. Der Palmenstrand. Und ich lieg im Sand. Am Palmenstrand lieg ich im Sand. Und hab mir damals die Eier verbrannt. Ich lieg im Strand. Und lieg im Strand. So, was ist das hier? Der Schatten? Ist das die Brücke von drüben? Wo wir waren? Müsste sein, ne? Ja, genau. Okay, alles klar. Das heißt, wir sind jetzt einmal rum. Bums die Bums. Und es wird Abend und Nacht. Und wir werden jetzt Richtung Höhlen eingegeben. Wir müssen das ja erstmal aktivieren. Das ist ja, glaube ich, nur das zum Aktivieren, ne? Und dann müssen wir, glaube ich, erstmal zu den anderen Inseln. Wenn ich mich recht entsinne. Wo wir quasi das Tor hier erstmal aktivieren. Damit was aufgeht. Also zwei andere weitere Inseln. So. Na, dann wollen wir mal. So. Ach, er auch noch. Natürlich, klar. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Was ist denn mit dem? Aua. Sag mal. Hörst du auf damit? Ja. Ist doch okay. Und was wetten wir, dass der unten in der Höhle auch ist? Wetten wir? Den werden wir bestimmt... Oder überleg mal der als groß. Oha. So. Spider-Man. Do you coming to me? Na. Do you coming to me? Aua. Hör auf damit. Lass das. Lass das. Ich hasse das. Ich darf nur nicht in die Spikes rennen, ne? So war das ja. 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 Wie viele die auf einmal sind. Gerade war hier gar nichts von oben zu sehen. Gefühlt nur drei Spinnen. Und jetzt voll viel. So. Gut, dass wir uns automatisch heilen. Wie viele Skill-Points hatten wir? Wir hatten vorhin zwei. Haben wir die noch? Vier. Oha. Warte mal. Bevor die wieder weggehen. Hier sind acht. Was war das hier? Critical Hit. Sechs Points brauchen wir dafür. Was ist das hier? Speed. Machen wir mal. Was ist das? Reduziert Shield. Gewicht. Ja. Backpack Inventory. Ah, okay. Extra Slot Bar. Hot Bar. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt, glaube ich. Drei Slots. Ich würde, glaube ich, das machen. Mehr Lebenspunkte. Oder? Oder machen wir eher... Ne, wir machen, glaube ich, erstmal... mehr, also schnelleren... Kampfgeschwindigkeit. Sehr schön. Und da machen wir den nächsten ein bisschen mehr Leben. Schön, dass die Skill-Points geblieben sind. Nicht so wie beim letzten Mal der Skill-Point-Bug. Wieso habe ich da immer ein Talent für sowas zu finden? So Bugs. Hallo. Ah, wie schön. Ist hier ein Secret hinter? Anscheinend nicht. Aber ich finde es gut, dass die Fackel sogar unter Wasser funktioniert. Das ist supi. Es war so klar. La, la, la. So. Activated. Heißt für uns, wir müssen zurück. Und gucken, wo die drei Inseln sind. Es sind wahrscheinlich drei. Gehe ich mal ganz stark von aus. Drei Inseln an... Uäh. Drei Inseln an der Zahl. Jo. Oder? Da müssen wir hin. Da und... Oh, da unten. Da unten waren wir tatsächlich schon. Und da oben zwei. Gut. Oh, Limestone. Ist nachgewachsen. Nee, oder? So. Wo ist unser Bötchen? Okay. Wir müssen nach oben und dann nach rechts. Alles klar. Ach, ist das schön. Mangobaum. Können wir auch pflanzen bei uns im Garten? Machen wir uns das schön. Mit Mangobäumen. Nee. Was wollte ich gesagt haben? Habe ich das letzte Mal schon erzählt? Also, ähm... Die Stadt wird ein bisschen komprimiert. Ein bisschen kleiner. Und kompakter. Und, äh... Huch. Ich glaube, ist ein bisschen zu groß geraten. Die Stadt. So, was ich jetzt so in diesem Video, glaube ich, mitbekommen hatte. Also, ein paar Leute werden verteilt auch und so. Schauen wir mal, wie das wird. Vor allem, wann das Update kommt. Ich weiß gar nicht, ob es schon ist. Ich glaube nicht. Oh, Limestone full. Wie kann das sein? So. Dann. Diesmal mal. Wo diesmal als erstes hin? Ich würde sagen, zu der, wo wir waren. Hier. Also, ab in die Richtung. Auf geht's. So. Wir und unser Floß. Zwischendurch mal gucken. Das ist, als wäre mal ein bisschen abgetrieben von der Route. Uaaaaaah. Aber irgendwie eine coole Idee, um mal schnell zu reisen auch. Ich frage mich halt, was hier unten ist. Hier unten will bestimmt noch irgendwas sein. Weil es ist ja noch alles verdeckt. Wenn man guckt, wie groß das hier noch ist. Also, bis hierhin geht's. Das ist hier Ende wahrscheinlich. Und hier drüben geht's hier. Und unten ist, okay. Oha. Da geht's nach oben. Geht's aber noch ganz schön weiter. So. Oha. Okay. Einsam schippern wir dahin. Mit nichts in der Hand kam ich in dieses Land. Allein und vergessen. Ich baute mir alles an. Und seht mich jetzt an. Level 36 und immer noch hier. So. Jetzt kommt die Insel, die wir mal großartig umfahren. So. Clay. Uh. Da ist ganz viel Clay. Ich und mein Clay. Lord in Chunk. Also, es sind verschiedene Teilstücke hier, die er lädt. Das haben wir, glaube ich, vor kurzem ja auch schon mal rausgefunden. Vor ein paar Folgen. Hui. So. Gut, gut. Ja. Hier müsste jetzt eine Insel sein, hier unten drunter. Hilfe, Hunger und Experience. So. Wir schippern genau drauf zu. Hoch. Wieso ist die Fackel aus? Mach die Fackel an. Fackel aus, Fackel an, Fackel aus, Fackel an, Fackel aus, Fackel an. Nicht, dass die Fackel noch ins Segel gerät. Das wäre blöd. Auf einmal so. Segel weg. Bist du da gestrandet, mitten auf dem Wasser. Oh, Clay. Hä, waren wir noch nie hier? Doch, wir waren auch schon mal hier, oder? Habe ich das nicht mitgenommen? Oder ist es nachgespawnt? Kann natürlich auch sein. Ach, wir können ja eh nichts mitnehmen, ne? Ich bin so ein Held. Held vom Erdbeerfeld. So. Waren wir hier noch nicht? Aber wir haben das doch schon aufgedeckt, oder waren wir hier? Moin, grüß dich. Er hat den Baum getroffen. Ich glaube, Dings ist auch gleich voll. Dunkle Materie. Ja, eine dunkle Materie können wir noch mitnehmen. Das war's. So. Ah, hi, grüß dich. Tag. Genau, wir müssen ja hier rein. Ich mach mal hier Feuer an. Lightning. So. Dann gehen wir mal rein, da in die... In die Hölle. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich dachte, wir wären da schon mal gewesen auf dieser Insel, aber anscheinend. Oh, ja. Corrupt Chasm. Mhm. Das sieht auch schon danach aus, als wäre es Corrupt Chasm. Wo geht's denn da hin? Oha. Und alles so ein dunkles Scheißzeug. Ich glaub, wir müssen sogar da hin. Oh, fuck. Kommen wir da überhaupt hin? Ja, kommen wir. Okay, das sind neue Gegner. Die kennen wir ja. Von oben. Au, Alter. Der ist noch nicht down? Alter Schwede. Ja, wir haben ja ein Level ab. Alter, die halten aber viel aus. Okay, die kennen wir ja. Das kennen wir ja alles. Na. So, die nehm ich mit. Das wird lustig. Da oben ist Lava. Das erste Mal, dass wir hier im Spiel Lava sehen. In einer Höhle. Okay, die halten auf jeden Fall schon mehr aus, die Großen. Oha. Oha. Das wird ja... Alter Schwede, Donnerwetter. Das wird spaßig. So, Pilze, nehmen wir mit. Das sind auch noch Pilze. Lässt du nicht meine Pilze sammeln? Lässt du das wohl? So, hier ist nur Stein. Können wir mal mitnehmen. Wir haben ja 40... 40 wieder abgegeben. Falls wir... Falls wir nochmal eine Brücke bauen sollten. Jetzt haben wir 79. zu Vorsicht. So. Okay. Oha. Da geht aber zur Sache. Alter Schwede. Oha, die kriegen wir ja gar nicht kaputt, ne? Was mach ich denn da jetzt? Da kommen ja immer mehr. Wie kann ich die denn zerstören? Sag mal. Oha. Ah, die können keine Treppen laufen. Haha. Die können keine Treppen laufen. Ah, ich muss da oben drüber springen. Kann das sein? Ich glaube, ich muss da oben drüber... Oha, da sind aber Fallen. Da muss ich aber los. Alter, really? Ihr wollt mich doch verarschen. Oha, was ist er denn für einer? Uah! Da muss ich aber los. Ach, der. Ich weiß, wer das ist. Den hatten wir schon mal. Leid macht die Fackel wieder an. Die Fackel mit der 4. Ja. Ja, der macht es ja. Es ist okay. Es ist gut. Ja. Vielen Dank.